Willkommen zu einer Folge Fast and Light, mit ein bisschen Dono unterregeln. Ach ja, nächster Sektor. Rock Controlled, flack. Ich war keine Nebel, daher gehe ich lieber in den Rock Controlled. So. Möchte man die Kommentare in den Bezüglich der... So, die mache ich doch jetzt einfach so platt. Warum gibt es dafür keinen Shortcut eigentlich? So, ich glaube, die hat eine Clone Bay. Alles klar, die muss ich natürlich vernichten. Wenn die Flacknode kommt, dann werde ich mich hier verziehen. Okay. Ah, ich habe keine Nebel hier auf der O2, das ist auch geil. Ah, schön. Meine Crew verreckt gleich durch den Sauerstoffmangel. So. So. So Und weiter geht's Scherbe nach unten Ja gut, taute ich ruhig Geht mir irgendwo eigentlich gesagt ab Ihr kümmert euch darum Ihr springt Hier hin Du wirst von den übernommen Auf geht's Die haben keinen Klon Irgendwas Also erstmal So System broken Ah, ich verstehe So, sehr schön Zurückerobert Und alle wieder zurück auf die Position So, sehr schön, sehr schön, sehr schön Entcheinend ist einfach da Wahnsinn Hm, Cell Ja, 15 natürlich Natürlich mit Raketen Keine Verwendung für So gar nicht Das ist ein Das ist ein Ne So, und ihr werdet hier nochmal schön hier rübergebeamt Oha, geil Schau mal leid, ich hab keinen Verhandlung für dich Das ist jetzt ein neues Schiff, kann ja darauf bleiben, ist ja völlig in Ordnung Na, einen kaputten Rock, äh, Jäger So Mal schauen, was es hier Feines gibt Clone Bay brauche ich nicht Ah, ich wollte jedem ihr Zeug verkaufen Verkaufen, 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 verkaufen So Jetzt können wir mal weiterreden Drone Control Clone Bay Könnte ich nur noch holen Ah Ne, ist mir eigentlich zu doof Dann gehe ich lieber hin Ah, ich habe noch Anderen Store Vielleicht gibt es da noch was Gutes Schauen wir mal rein Eigentlich nicht Insofern verbessere ich mal wenig mein Schiff Das wird verbessert So Standard Evasion von 42% So, der wird auch noch ein bisschen besser Und der auch noch, also Alles bestens Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen mit den Fickgesichten auseinandersetzen, aber Das ist wahrscheinlich nicht so wild So, schwerer Raumkampf hier am Start Und So 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 So, hier zurück und mal schön hochheilen. Schade, schade, schade. Boah, krass. Die 45% Evasion, die knallen schon hart. Los rüber. Ne, und... So. Ah, die Folge ist eigentlich schon wieder rum. So, auch so ein Sutsignal. Da habe ich auch wieder schöne Besatzung wieder gekillt. Sehr schön. Search for the ship. Sehr geil. So Leute, das war diese Folge. Bleibt dran. Es folgt noch eine, und zwar morgen.